Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth mit mir der Wegmann beim letzten Mal ah je ernsthaft Amateurfehler ähm beim letzten Mal was haben wir eigentlich beim letzten Mal gemacht da sind wir doch mit gute Frage ich weiß nicht mehr das machen wir dieses Mal ich habe mir überlegt vielleicht noch mal eine Challenge versuchen ähm nur welche wir müssen irgendwann ja eh alle machen oder wir machen einfach noch mal einen normalen Run wie zum Beispiel äh stimmt wir haben glaube ich Isaac besiegt aber mit wem Kane kann das sein das könnte sein ah ja wir können ja noch mal zu Satan gehen denke ich egal wer es würde ich schau einfach mal Lille ähm weil die was besonderes ist jaaa das ist sehr geil das ist sehr sehr geil das ist sehr geil hm 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 ähm jetzt können wir nämlich unseren Fokus äh auf auf eigene Attacken und nicht auf die des kleinen Mannes hinter uns setzen das ist eigentlich sehr gut mh da wäre eine Bombe na das ist ich ich bin geldgeil ich weiß ähm ansonsten haben wir hier auch nichts hätten wir einen blauen Stein gehabt wären wir das natürlich sofort lieber gewesen noch ein großer Raum noch ein großer Raum das passt das passt das passt schreckt mich doch nicht so so und nachher kann ich mich immer noch auf meinen kleinen hier fokussieren und eben so sachen wie gar kein kaputt schießen weil das kann die blaue Fliege nischt das ganze nischt wunderbar das reicht das mal denke ich ähm Moment in dem ich gern fliegen möchte wir laufen natürlich erstmal weiter weil wir es können wunderbar da ist die nächste Bombe oh der Lucky Poop der Petra Fight Poop ihr wisst was das bedeutet wir gehen auch gleich in den Raum zurück weil ich glaube ich fühle mich ein bisschen glücklich ähm dann machen wir noch ein bisschen Kacke kaputt ne hau mal auf die Kacke dann schau einer an ist das nicht ein Erfolg großer Erfolg großer Erfolg die Kacke kaputt bedr Councilor die Mönche das hätte besser sein können ist um dann macht es nicht so viel mit dem blauen zu arbeiten persönliche meinung breit das war gar nicht mal so schlecht ich wünschte hier ich wünschte hier wer gut hier ist Puk, aber an den komm ich nicht ran ich komm nicht ran wenn wir jetzt fliegen lernen das wäre Gold wert ähm huch aaaaah shitty fuck jup das äh gefällt mir bis jetzt wir bekommen kein Gewiff to Devil ich weiß auch nicht wieso der mag aber zwar nicht mehr die Bombe die würde zu riskant gebraucht werden deswegen gehen wir einfach jup wir gehen einfach gut okay Curl of the Blind oh ja ähm immer noch der Burning Basement merke ich gerade ähm ist in Ordnung irgendwie kam mir auch bis jetzt gut damit klar oh Pride oh Pride 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 verfolgt uns nicht mehr so stark da kann ich auch noch mal okay okay ähm das hier auspacken eh what in die Mitte vom Raum gestellt das ist falsch das möchte ich nicht wunderbar wir haben keinen Schlüssel das ätzt noch etwas ähm okay so ein Marsch hier auf eine Bombe und Black Market ein Schwerzmarkt Freunde oh man ernsthaft okay wir hätten hier den Shiny Rock that shines for its brothers der Shiny Rock ist eigentlich nicht schlecht ich überleg's mir aber was ich mich eher frage ist was wir hier haben in der Tor 1, 2 und 3 das ist jetzt äh Kinder versucht das nicht zu Hause Sekhet more Seks okay The Hanged Man das kommt ein bisschen zu spät glaube ich und Mom's Box ganz sicher nicht weil für für Lilith macht es keinen Sinn das äh Space Batum zu wechseln okay ähm das war viel obwohl der Sekhet ist denke ich keine Fehlinvestition ähm was ich aber versuche ähm ist in ich hoffe dass hier ja dann kann ich mich noch in den Shop bomben oder hier ist natürlich ein Schlüssel drin per fucking fact ähm The World hole ich noch den ich denke man ich habe einen Fehler gemacht hehehehe wuhu oh bester Tag fuck ever okay hier ist kein Schlüssel aber ich kaufe natürlich den Ventricle Razor und äh wechsel wieder einfach nur damit ich mir gekauft habe wunderbar The World habe ich ich habe alles ja deswegen und ich mache noch eine Bombe okay das hat sich eindeutig nicht gelohnt das hat sich eindeutig nicht gelungen okay ah shit jetzt ich habe es nicht gesehen okay wurden getroffen also ist äh semi gut Wirecode Hanger und ne Runde Krampus Krampus ist immer gut Krampus ist immer gut ähm besonders wenn der uns einen Scheiß kann Lump of coal okay ähm was anderes hätte ich auch nicht gewollt The Hero Fund der wird erstmal verwendet ich könnte sogar noch mal in den Schwarzmarkt reinschauen wisst ihr was Freunde äh wieso auch nicht nicht wahr ich könnte noch mal reinschauen da wir uns jetzt noch was leisten können die ein extra pill room hei 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 ok dann können wir immer noch weiter gehen Flooded Caves, natürlich, was anderes, hätte ich auch nicht gewollt, ähm, oh, mein, mein, äh, Dingspump ist weg, äh, The Sun, The World, ich weiß gar nicht, wer weiß ich hatte, es ist aber weg, und nein, ich hab keine Ahnung wieso, Semi-gut, wahrscheinlich wegen dem Extra-Pill-Room, das dann alles zu einer Pille wurde, das gefällt mir aber nicht, im Ernst zu sein, da hätte ich lieber, das Problem ist nämlich, Pillen haben öfter einen Negativ-Effekt, und das gefällt mir nicht, Verdammt, dann hat sich, äh, der Raum echt nicht gelohnt, der, der Schwarzmarkt, mh, Speed Down ist natürlich auch nicht so toll, hierzu sag ich mal nicht, nein, Oh yeah, it's about to get real, Ok, Okay, Ah, das ist consequently weg, und Ok, okay so im großen ganzen hat sich der Raum zumindest gelohnt was war hier nochmal komme ich nicht dran weil ich den Hackman hätte ich eh nicht mitgeholt ähm okay okay noch ein Seckschen nochmal Speeddown Super Sache ich sag nicht nein sondern danke so was ist hinter Tor Nummer 2 bitte auf check dann laufe ich noch gerade Richtung Tor Nummer 2 äh Tor Nummer 1 Tor Nummer 1 bitte auf bitte auf ja das ähm hätte besser laufen können zwei Bomben verschenkt das ist äh das ist äh bringt mir nur leider na es bringt mir doch was okay unser kleiner Scheißer ähm nicht die blaue Pflege der unser kleiner Scheißer kann was damit anfangen das ist schön er kann ja was mit dem Lump Coal anfangen deswegen ist das auch schön das ist gut das ist äh ein kleiner Erfolg der Erfolg den wir gebraucht haben okay ich hab's genau gesehen hier unten hat was geleuchtet oh das feiere ich gerade das feiere ich gerade okay ähm ich würde nicht sagen wir haben was verschwendet wir haben zwei Schlüsse bekommen und eine Bombe verloren hinzu kommt dass wir okay mhm Error Effekt Not Found das mag ich nicht ich hätte gerne den Shiny Rock zurück ich weiß nicht was dieses Effekt Not Found was das überhaupt macht der Shiny Rock hingegen ist eine riesen Hilfe eine riesen Hilfe die hatten ja überhaupt erst gesagt dass da unten das ist und das finde ich echt neckig du das macht Spaß das kann man mal machen das braucht es auch nicht sein zu lassen das kann man mal machen okay das sind diese aggressiven Kacke die sich öfter bewegen aggressiv meine ich weil die sich öfter bewegen okay was haben wir hier hier ist komm aber oh range down ja es kommen immer sau viele äh Batterien bei den teilen finde ich nicht ganz so gut kann es zu sein kann es zu sein das gab es auch um Tom Foto damit kann ich arbeiten damit kann ich arbeiten damit kann ich arbeiten okay okay speed down jesus christus also von pillen haben wir noch nicht das gelbe vom all gefunden schau mal hier rein meh okay hmm oh nein so welche hier 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 ein Schlüssel ich hätte jetzt lieber eine Bombe gehabt um ehrlich zu sein da hat man schon die Blue Map ne so naja 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 uh seki ich mag seki oh bitte ist alles Gutes bad gas so zumindest nicht schlecht haha bad gas und wir haben aber eine Bombe wieder was für uns sehr bedeutet the show must go on ok ok ahm ja wieso nicht schön da ist eine zweite Bombe das ist top so so ja das ähm hab ich jetzt nicht gewollt aber hey beide tot schön 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 hm 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 ich kann leider nicht fliegen wieso zieht der ein ganzes herz ab hat der schon immer ein ganzes herz abgezogen Lappen 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 nochmal ähm ne da war es nicht ähm da war es ok was haben wir hier was nicht fallen lassen ähm propose mit ähm da hat er schon mal gemacht dass er die ganze Zeit fallen gelassen hat aber Wieso ich will doch nur eine telepille mehr wollte ich auch gar nicht wissen ich darf nicht getroffen werden darum geht der spaß ich habe schon wieder die dauntölle aufgenommen was ist los hat doch mal dein zeug fest mein blut ist am nein nein wieso wer tut mir sowas an retrovision ernsthaft ich sag es mal so es war sieht nicht gut aus ich hab wohl ein bisschen zu viel gezockt am Anfang mit der ganzen Prozent Black Market Sache das war es da noch mal die Telepille die würde ich auch vielleicht noch verwenden bitte 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 falscher Raum Gordi da wird ein Fehler gemacht mal kurz zurück auf anfangen das ist Spawner Gordi Spawner Gordi ist gut Spawner Gordi ist gut Schleimköln sie in Verziehen ich mach kurz mal hier den hier so gefährlich und dann ist Spawner Gordi ist schon fertig nee altes Haus das nun wollen wir nicht hätten wollen der ist auch in Ordnung aber diese Retrovision das bringt mich immer voll aus dem Konzept das Soul Heart das habe ich so dringend gebraucht das glaubt ihr mir bestimmt ich bin fest von überzeugt dass ihr mir das glaubt okay ah ich bin doch ein Vollidiot wollte ich sagen hmmm Menschenskinder ja das könnte nicht schöner sein oh shit hmmm hmmm ach in komischem Raum wo nichts ist oh ja hab ich mir Zeit gespart okay okay hmmm wir haben ein Herz könnte besser sein könnte schlechter sein aber vor allem könnte es besser sein unsere Items passen mir nicht unbedingt in den Kram ach komm ach komm ach komm ach unser blauer Freund ist ein bisschen weit weg unser blauer Freund ist ein bisschen weit weg deswegen werde ich jetzt hier nochmal Oldschool Taktiken anwenden oh shit oh shit oh shit wundervar hier willkommen Bob's Rotten Hat mit Bob's Rotten Hat können wir den hier machen wir holen uns die Box of Friends wieder hmmm top farpenny kein Interesse und wir gehen wieder oh danke Freund freundlicher Freund das habe ich endlich gesehen okay ähm okay ich mach lieber den hier einfach ähm okay so Schlimmste haben wir hinter uns glaube ich zumindest ja nicht ganz ähm da oben haben wir noch ein Big Bird da haben wir noch ein Bird und da haben wir noch ein Bird aber so es gibt hier einen Terminal mit dem okay nope 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 Ich kann es in zwei Bomben schaffen, einfach hab ich glaub ich brauch drei Okay, Health Up! Danke! Oh, den hab ich dick zu spät gesehen, aber danke fürs Health Up! Ihr wisst nicht, wie sehr mich das freut, okay, danke, aber nein danke So, da ist ein weniger freundlicher Freund dabei Okay, der Rest ist ein Freund Dir! Oh, das war Knöp! Okay, jetzt zurücklehnen, Freunde, zurücklehnen Dann gehen wir hier rein? Cool, das ist Bock auf Sinn Tears up! Bin ich zufrieden mit Oh yeah, ja sogar, die Bombe hebe ich mir auf, so sehr mich auch dieses Soul Heart anlächelt Danke, aber nein danke Aber das, ich beobachte noch ganz kurz Okay, gut, ich hab gedacht, hier könnt ihr vielleicht noch ein halbes Herz auftauchen Aber wenn nicht, dann durch Auch hier sag ich erst mal, nein danke Perfekt Ist natürlich die Frage, Kiste oder 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 Soul Heart Ach, stimmt ja Ich hol mal mit Wir machen sie folgt, Freunde Ich geh zuerst zum Judgment Ja, ich geh zuerst zum Judgment Schmeiß da mein Geld rein Der war aber so weit hinten noch, ne Hier ist gar nichts, ist auch schön Auch ein schöner Raum Ich geh zuerst zum Judgment Ähm, und dann Ja, dann fängt das ganze Jahr wieder von vorne Nein, dann spenden wir Wer weiß, was Jaji mir gibt Ich nenne ihn Jaji, weil wir Freunde sind Top Da sag ich nicht nein Wir haben wieder unsere zwei Herzen wieder Ähm, die wir eventuell wieder verzocken werden Aber hey Huch Du bist so schnell So flingend auf deinen Fingern Äh, Füßen Auf deinen Fingern Hell down Whoopdi fucking do Und ich hab schon gedacht Wir werden endlich wieder glücklich Ach, schon wieder Bobsrottenhead Oh man Ich will Warte, jetzt hab ich Äh, das ist doch scheiße Das ist doch scheiße Freunde 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 Das ist doch kacke Okay Okay Das war ein Mäßig erfolgreicher Raum Es ging Floor Floor meine ich natürlich Wir haben aber jetzt noch Bomben Und das ist schön Weil ich mag Bomben 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 Ja, die Kiste auch noch mit Bomben 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 Sehr schön Bomben Und war ich da unten schon Da war ich schon nicht drin, oder? Nö, war ich schon nicht Da möchte ich aber auch nicht hin Okay, ah, ich wollte noch spenden Ich wollte noch spenden Okay, jetzt könnt ihr immer noch spenden Ich bezweifle eh, dass hier die Level 3 Ich bezweifle eh, dass hier die ähm 20 Münzen reingehen Wenn doch Dann haben wir auf jeden Fall viel gespendet Aber ich bezweifle es ein bisschen Das war eigentlich Deaths 1 Das heißt Wenn wir mit unserem Glück noch Geld finden Und wir finden relativ viel Geld Oh Oh Ich habe Fehler gemacht Okay, jetzt, jetzt ist es besser So ganz kurz Dann mache ich den hier Dann mache ich den hier Oh, ich schau mich an Oh, verdammt, okay Okay Easy peasy Lamp squeezy Growth hormones Find ich geil Und Oh Ähm Ihr fragt euch jetzt bestimmt Wie ist das GhostBuddy? Da, da war Da war das Pentagramm Du Vollidiot Vollidiot Äh Wir sind Lilith Anderen Grund gibt es nicht Wir sind Lilith Ähm Hätte sich das wie im Black Market geändert, dass wir dann Äh Schnell nur mit Soul Hearts einkaufen könnten Dann hätte ich tatsächlich unsere Soul Hearts noch verbraten Ähm Oder hätten wir noch ein anderes Herz gehabt, was uns ja genommen wurde Dann hätte ich es gemacht Aber es wurde uns genommen Der Spaß wurde uns genommen Oh Okay Ist okay Ist okay Ist okay Voll in Ordnung Ähm Ja Auf jeden Fall deswegen ist Ghost Baby Oh Mann No Ähm Einen Moment Feuer macht mich schnell bewusst Ganz viel Zeug Range down Ah Question mark Question mark Question mark Ah Tears down Du willst doch verarschen Was war hier nochmal Range down Es gibt mit dem Mit dem Es gibt es nur so einen ganz kleinen Fehler Im Spiel Ähm Aus irgendeinem Grund Wenn ich Die Items switche Lässt er die danach fallen Okay Jetzt muss ich aber trotzdem überlegen Nicht fallen lassen Haben wir es? Schön Jetzt halte gut fest Ah Wieso ich nur negative Pilleneffekte bekomme Ist jetzt mit dem Schwartz er dann Ah Okay Hm 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 Ja wie war das wenn ein Wenn man verfolgt wird ist besser die Normale Babytechnik einzusetzen Persönliche meinung Jo Machen wir mal das jetzt Nichts schlechtes auf uns wartet Hey was schlechtes Ich sag nur dass es etwas schlechtes ist weil es nicht zu gutes ist Weil es nicht zu gutes ist Okay Wir haben noch nicht den shop und noch nicht den Wir haben ja steam sale Und noch nicht da ist der shop Und noch nicht den treasure room gesehen Da ist doch schon der shop Black candle kann man immer holen Und Health up Davon habe ich gewartet Äh ganz kurz So Ich will aber trotzdem bad gas wieder Und weil wir das geld nicht mehr brauchen Ja ich glaube das kann man so machen Jetzt suchen wir noch den treasure room Nice Okay Danke Uh Uh War sein raum ha Wunderbar Wunderbar Dann suchen wir noch den treasure room Hmm Hmm Okay So Weil Da noch Eine Batterie lag Schön Wie ich die Kackfischer hasse Niemand kann es beschreiben Welch einen Hass ich für die Teile empfinde Es Ist Ist nicht zu beschreiben Ich habe aber einen Plan Nein Es zahlt keine halben soul hearts oder Black hearts auf Das finde ich schade Ich habe es mir so gewünscht Oh 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 Ähm Schon wieder Fragezeichen Question Question Why Okay Ähm Hoch Destroyed Wir haben 8 Schlüssel Mehr Zeug Telepille Ah Okay Mehr Zeug Telepille Ah Und ich lasse schon wieder alles fallen Kann es auch wieder aufheben Ne Ich möchte mich nur nicht verletzen Dafür Ähm Okay Kurz nochmal überlegen Ah Stark Was sag ich denn mit dem ganzen Geld Ha Ein Arcade Ein mieses Arcade Ein echt mieses Oh Fuck Yo Ein echt mieses Arcade Ein echt mieses Arcade Wow Ich Weil ich es kann Ähm Anderen Grund gibt es wieder nicht Ähm Ich bin es die Telepille Okay Ich hatte Chancen was Okay Okay Das nervt mich Das nervt mich Ähm Ähm Ich schieße jetzt glaube ich einfach nur noch Nach vorn Und hoffe dass Da die Leute raus kommen Oder ich wechsel Bitte Komm hier raus Bitte 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 Oder hat es dann Angst Oder hat es dann Angst Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Es hatte ein Tief Es hatte ein Tief Mitten des Runners Aber Ich muss sagen Jetzt fühle ich mich wieder Gut Oh ja So mag ich meine Räume So mag ich meine Räume So mag ich meine Räume Und Fistola Und Fistola Leute könnten meinen Das wäre Verarsche Weil Fistola ja ein Boss ist Und Loki ja auch Aber hey Die tauchen ja tatsächlich Hier einfach so auf Und Job Oh da haben sie aber heute alles gegeben Da haben sie heute aber alles gegeben Ich bliege mich vielmals Für den nächsten Morgen Jep Aber ganz ehrlich Was soll ich machen Was soll ich machen Ich kann ja leider nicht fliegen Die Menschenskinder Ah Okay Bomben Hm Ich werde auch Ein paar legen Retrovision Jep Es geht schon wieder los Es darf doch alles Das kann nicht wahr sein Okay Gut Hey mehr Geld Sollte es ich nicht brauche Ah Mann Nicht ich wollte drüber laufen Sondern Die Fliege sollte drüber Ganz kurz gucken Ob irgendwas funkelt und glitzert Ah Kaum bin ich im Wound Mach ich Fehler nach Fehler Das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Okay Ein Sack Mh 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 Schwing 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 Wunderbärchen Mama Gertie Und los geht's Nein ich kann eigentlich Doppelfeuer machen Es hat schon was Okay Tschüss War nett mit dir Nette Nette Frau Es wäre Permahure Es wäre das einzigste Gute Ansonsten Ja der Dark Bomb wäre auch in Ordnung Dann würden wir durch Aufgehobene Herzen Soul Hearts bekommen Das Problem ist Das kann ich mir nicht wirklich leisten Ich hätte es machen können Aber ich hätte mich echt nicht mehr wohl gefühlt Naja dann lassen wir es einfach lieber Ne Dann lassen wir es einfach lieber Es ist mir zu wenig Einfach nicht bewegen Damit der uns nicht sieht Weil es ist sau schwer auszuweichen Ähm bei diesem Layout Hey Range Down und Retrovision Das ist ja Wow Was ein Raum ich war Ich behalte meinen Shiny Rock Ja ich hab gedacht man könnte da reinlaufen Konnte man nicht Okay Okay So dann machst du weg Dann gehen wir weiter Okay Sehr gut Die Italien die machen mir tatsächlich mehr Angst als die schwarzen Weil die schwarzen die brauchen ganz schön lange um sich loszureißen Nur scheiße in Pillenform Nur abgestandene scheiße Ja auch bei den Spinnen ist es Finde ich leichter lieber mit den Babys drauf zu schießen Mit unseren Völklingen Als mit der Blauen Fliege 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 Und meine Stimmen Und meine Stimme ist so Schön Ganz viel Schön Das war meine Hälfte Das war meine Hälfte Daumen Pille Ach das freut Ja Ich bin mir nicht Aber ich bin mir nicht Und meine Stimme Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht Ich bin mir nicht schön schön ich würde einfach ein bisschen schießen okay es hat mich auch jetzt gerade ganz klar wenn ich gewonnen habe okay was ist es hier mit hinesis was ist es hier bad gas ich will es nochmal ich krieg es irgendwann hin irgendwann weil dann bin ich alles los kurz gucken was das hier war tier is down das möchte ich nicht ziehe ich raus wechsel nochmal ja das habe ich mir gedacht dass was passiert da hebt es auch wieder auch freund hell ab das ist ein großer erfolg für uns ein großer erfolg die ganze welt ein großer erfolg wunderbar es läuft freunde es läuft wieder ok jetzt trotzdem ganz kurz trotzdem die noch ein bisschen fokussieren dann kann ich mich aufs ausweichen konzentrieren das macht auch spaß die firma dankt und ich wollte ja noch mal zu satan das ist gut das ist gut das bringt freude spaß und freude wunderschönen wunderschönen geld 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 drin geht die welt jetzt ein money equals power freunde jetzt money equals power was bist du lemon party ohne települle ok ah shit ok ok sehr gut freunde sehr gut ich glaube das hier bringt sogar ich glaube das hier bringt sogar ja klar ja ist ok manno es ist nervt schon wieder dreck so ein dreck noch das ich ja das ja ja Ihr wisst nicht, wie dämlich ich mich gerade fühle. Okay. Ich fühl mich so blöd, so blöd. Okay, wir haben drei Herzen und den ganzen Spaß ein Ende zu machen. Ja. Okay. Ich fokussiere mich erst auf den. Okay. Okay. Okay, jetzt Taktik mit den Fliegen ablegen. Und Taktik mit den Babys anfangen. So läuft das nämlich. Shit, die fuck. Und wir werden so viele benutzen, wie soweit ich kann. Okay. Okay. Und noch mehr. Ah, mein Zirkus der Gefühle. Mein Zirkus der Gefühle. Hier sind eine große Familie. Kruppenkuscheln. Okay, mein Name ist der Dingmann. Nein. Puh. Nein. Puh. Okay. -